Hallo miteinander, ich bin Mischa Wolf, ich mache hier bei der Geberitete Lehre als Informatiker Systemtechnik. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und ich werde euch jetzt zeigen, was ich so den ganzen Tag mache. Kommt doch mal mit! Hier sind wir jetzt im Lager der IT. Hier werden alle Computer, Monitore etc. hingeliefert. Wir packen sie hier aus und machen sie bereit zur Auslieferung oder zum Austausch. Hier im Verteilerraum bauen wir einen Switch ins Rack ein. Den haben wir vorher am Arbeitsplatz konfiguriert. Ebenfalls patchen wir noch eine Dose, damit am Arbeitsplatz eine Internetverbindung hergestellt werden kann. Mir gefällt die Geberit, weil ich selbstständig arbeiten kann und ich flexible Arbeitszeiten habe. Durch die verschiedenen Abteilungen, die ich Wärterlehre besuchen kann, ist da auch eine grosse Angelegenheit. Als Systemtechniker muss man in den technischen Fächern stark sein. Man muss gut Englisch kennen und Interesse an der Technik und am Fortschritt haben. Das war mein Beruf Informatiker Systemtechnik. Ich hoffe, ich habe euch ein Interesse geweckt. Falls ihr Lust habt, schickt uns gerne eine Bewerbung. Weitere Informationen findet ihr unter www.geberit.ch.de und zum Beispiel. Ich hoffe, ich habe euch über die Bericht. Ich bin牛訂. Ich hoffe, ich bin euer Glück. Wir sehen uns auf dem λ cookies. Vielen Dank.